Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel R.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir Sevaria besiegt, in Kapitel 15. Ja, die Schlacht war ein bisschen nervig, Schütze, Schütze, Sevaral. Dann hat sie, ja, nachdem wir sie gefangen genommen haben, hat sie veranlasst von diesem, ja, an diesem dicken General, den wir alle nicht leiden können, dass sie eigene Truppen von ihr sich zurückziehen können und, ja, nachdem das erledigt war, hat sie die Valkyria-Flamme eingesetzt und, ja, der Pilz da, der erklärt auch schon alles. So, ich würde aber sagen, bevor wir in der Story weitermachen, machen wir fast gemische. Aber vorher muss ich mein Geld ausgeben, weil wir geben mehr Geld aus und bekommen gleich mehr Geld. Das macht ja irgendwie Sinn, ne? So, 73.000, das bist du auch für zwei Level-Ups reichen, hoffe ich. Ich versuche die so schnell wie möglich, ja klar, reicht locker. Ich versuche sie so schnell wie möglich hier zu erreichen, erreichen, zu schaffen, die Dingens, äh, die, äh, ischämisch ist, mein Gott. Damit, okay, hier kann man rechts die Potenziale sehen und wie es aussieht, haben die Scouts noch nicht ihr drittes Talent. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt das dritte Talent kommt. Und die Scouts brauchen wir am meisten, deswegen tue ich die erstmal schnell wie möglich aufleveln. Tu, bam, schon irgendwie drei Talente. Neues Potenzial für alle Scouts. Resist Crossfire, Super Evasion, Dutmine, Resist Crossfire, okay. Das wird wohl schon alles, wird alles gut sein, ne? So, die Ingenieure haben noch nicht. Und jetzt Potenzial machen wir das mal. Und dann können wir uns sogar nicht noch eins leisten, außer Ingenieure kostet nicht so viel. So. Wir müssen dann so schnell wie möglich dieses GameShare erleben, weil dann kommen wir mehr Belohnungen am Ende. Und das möchte ich... Warum nicht? Ich nehme mal einfach an, das Maximale Level ist 20. Ich dachte, ehrlich gesagt, es wäre irgendwie 13 oder 14 Euro. Ich weiß jetzt nicht, dass das noch so weit nach oben geht. Super Repair, Super Repair, Super First Aid, okay. So, genug Erfahrung ausgegeben, drei Level ab, das ist gut. 2S Games, das müssen wir noch machen. Einmal das von der Marbury Shore und einmal in Brewer, glaube ich, in der Windenwürden Plaza. Ich hoffe, ich habe alles in einem Part. Also jetzt hier mit den Einkäufen dazwischen, glaube ich ja eher nicht, aber machen. Ja, mehr Feuerkraft. Oh mein Gott, warte mal erstmal. Klamotten und so. Ja. Finde ich irgendwie wichtiger Abwehr. Vielleicht sind wir dann auch nicht so schnell tot. Ich habe immer noch Gefühl, unsere Charaktere sind alle so zerbrechlich noch. Aber die könnten stärker sein, finde ich. So, hat man sich irgendwie nie, aber egal. Äh, ja, mehr Feuerkraft, ganz gut. Sie sieht immer fette aus, die Lanze. Also jetzt, kein Unterschied, aber hier. Ja. Und mehr Feuerkraft hierfür, würde ich sagen. So, und dann, jetzt für die Edelweiß oder die Shamrock. Man glaubt, ich habe noch einige Sachen, die wir nicht hatten. Body, Body, Defense. Mein Gott, voll viel. Motor Upgrade, Motor. Achso, da ist dieses Antipersonen-Dingel, oder? Ja, gerne. Okay, können wir noch irgendwas für die Dingens ablassen. Mach mal, mach mal, skirmisch. Ich versuche so schnell wie möglich. Boah, tatsächlich bei einer Aufnahme. Ich habe die Maus hier aus dem Weg geräumt, um zu sehen, wie lange ich aufnehme, wenn ich Bein auf Stopp gedrückt. So, zum Glück natürlich nicht. So, die haben wir gemacht, oder? Ja, ne. Wenn ich, ich bin auch mal irgendwie so da reingegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ja, ich glaube, ich bin auch schon aufgenommen. Aber auch mal die Möbel, ich hoffe, normal natürlich. Ob das alles in einem Part möglich ist, mal gucken. Ich habe halt etwas längere Parts, weil ich Ferien habe und mehr Zeit habe. Deswegen, ja, kann ich mir leisten. 25 Minuten Parts, okay, bei dem Projekt mache ich das so oder so. Da können wir schon alles, dass ein riesiges Schütze die uns abknallen am Strand. Dann sind dann auch Bunker und so weiter. Und dann würde ich mal sagen, wir machen das ein bisschen anders. Wir nehmen all unsere wichtigen Leute, und dann würde ich die wegen den Kommandopunkten da ausstellen. Dann versuchen wir mal, so volle Möhre durchzurennen. So, ein paar spare ich mir noch auf, weil da drin ist ja auch noch ein Dingens, ein Kommandopunkt. Rückblicken bedacht hätte ich nur Scouts da reinballern sollen. Weil da drin ist ein Kommandopunkt, den hätte man locker einnehmen können. Da können wir drei Leute spawnen. Oh nein, ich war wieder blöd. Aber egal, wird schon klappen. Mal drei, vier Parts oder so gebraucht. Diesmal, diesmal fragt uns auch keiner. Ich nehme Eika nicht mit. Das ist großartig, der mit Schmeichmann. So, dann müssen wir wieder. Sind die Dinger überhaupt noch aktiv? Oder sind die Nähe sind aktiv, anscheinend? Oh, da ist die Edelweiß, ich dachte, links. Ja. Komm mal her, du. Hm, wo schießt ihr uns ab? Ja, da ist das Schroppnell, wird man gerade verbessert haben. So, zack. Ein, zwei Schüsse werden wir ja auch noch aushalten. Falls sie uns treffen. Hm, papa, papa. Jetzt nicht mit dem Panzer den Weg versperren, das wäre ja sehr blöd. Dann gehen wir mit Alisha rein. Würde schon gut gehen. So. Ich kann nur betonen, wie geil das aussieht, wenn man hier in einem Rauch ist. Ja. Oh. Ich hab' vielleicht erst das Ding einnehmen sollen, egal. Wollte schon sagen, sieben Schüsse. Nehmen wir nach Dingen ein. Jetzt können wir unsere ganzen Leute hier rein. Wollte mal stell' euch da hin. Da. Wie gesagt, unterstütz' uns feuer. Juno, du wirst ihn noch schaffen. Ja, ich glaube, der Platz gebracht ist, Scouts auf zu leveln, ne? Ich weiß nicht, ob man noch mehr AP, also Währungspunkte bekommt, in der Zeit, aber ich glaube, das kommt man auch irgendwann. So. Du ballerst noch mit mir, oder? Sonst schießen dich nicht wegducken, mein Gott. Fall runter, fall runter. Er wollte noch runterfallen, mein Gott. Na, dann gucken wir mal. Oh nein. Wir sagen, das ist schnell wie möglich erledigen. Haben wir einen Kopfschuss? Das ist egal. Aber wir müssen ja durchrennen, wie bekloppt. Äh, weiß nicht. Okay. Eika, ich hab schon wieder Eika mitgenommen. Nein! So, ich weiß nicht. Schaffst du es da locker durchzurennen? Jetzt kann man vielleicht zwei Skemische auf einmal schaffen. Oh Gott, was? Wahrscheinlich irgendwelche Pro-Strategien, aber danach gehe ich sowieso nicht. Bin schon froh, wenn ich dann ein Park schaffe. Oh Gott, leck mich an. Ich hab den Turm kaputt gemacht in den Hallen. Versuchen wir mal, Rosi hat durchzulotsen, was man nicht ob die hat schafft. Ja, ich muss ja sowieso wahrscheinlich in allen Zug hier schaffen, also hab ich ja sowieso schon verkackt, aber egal. Hey, ob wir da sicher sind. Na, wo? Ich weiß gar nicht, was du hier noch machst. Hm, ich lieb Gemüse. Na, egal. Na, die sind gefährlich nahe, irgendwie die Dinger. Oh, okay. Kann ich euch irgendwie da reinschieben? Na, gut. So weiter nach vorne. Also viele Einheiten sind hier nicht, das ist schon mal gut. Na, ich komme ja nicht durch. Warte mal. Bin ich ja richtig nahe hin? Ja, ich kann nicht sterben. So, was haben wir noch? Aua. Spinnst du? Da wäre es noch hier. Aber das ist ein Panzer, super. Ich will mich hier irgendwie durchlotsen. Ne, ne, in einem Zug schaffe ich das nicht. So, man hat wahrscheinlich gar nicht so zwei oder so. Da schaffe ich auch nicht. Damit so wenig Kommando-Punkten kommen wir sowieso nicht weit. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. bị stötet ihn. Jawohl. Also, er bewegt sich nicht noch mal. Sack. Wie er bewegt sich jetzt nach vorne. ich geht die krise hatte ich versteht noch da danke bin ich nett was kommt meine verstärkung ja ich werde den jahr benutzen wollt ihr denn das ist vielleicht oh mein gott wir werden gesehen oh mein gott wir sind versteckt und jetzt mal durch noch mal ein bisschen platz da muss ich mal ein bisschen schmal machen ich habe gerade richtig da linke camp ist man stationiert ist so lag du guckst wer zum teufel da alles ist er da klappen können ja ich schaffe man doch schnell genug aber wenn die rum ist es in einem shop trooper ja wohl erleben können oder du willst schon zum schutz aus kommt also ein paar keine sorge steuer aufs baul geil so dass man etwas unterstützung feuer wir brauchen noch jemanden und mein gott gefühle ich nehme ich mal ich glaube sie müsste eigentlich viel mehr jetzt aushalten bei uns kommt weg warum verrückt nun man dadurch hat doch schon mal geklappt ist ja merkwürdig aus da kann man irgendwie durch ohne mein gott geschaffen hat sogar durch bei kuria ach du scheiße schön ich habe eine idee ich habe keine motion ich weiß nicht was ich jetzt hier vorab egal ich habe auch keinen bock hier zu sterben nicht schon wieder bei uns so dann versuchen wir mal ob wir jetzt mit ihr dadurch kommen da kommen wir mit ihr dadurch aber 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 hilfe hilfe es ist ja keine granaten abbringt aber versuchen wir mal ich weiß du bist es schon mit sterben vertraut aha das ist jetzt nicht so geklappt hat jetzt nicht so funktioniert wie ich mir gedacht habe ich dachte sie kommen wieder dinge ins jahr so ein heilig mal ich weiß nicht ob das gut gehen wird aber egal ich mache einfach hier so schau mal gucken oh mein gott reicht eigentlich nur wenn wir dadurch kommen lebend die kann sich ja noch mal heil mit red knight müssen wir eigentlich nur noch hinter dem scheiß dinge gehen was was so schnell ich hoffe sie musste sterben warum klappt denn die strategie nicht oh gott geh weg aua hat er da kommt ihr jetzt lager in aber sagt ich glaube ich doch nur dahinter hin verstecken sind wir nicht so ausganglich erst gedacht hat du was nicht gekontert so jetzt machen wir mal ein bisschen attraktiver hier wenn wir dann passkommen mehr kanon futter ok lager schaffst du das leben dadurch ich jetzt mit magic so ne irgendwie schießt er nicht okay so der ist weg ich weiß nicht warum ich auf einmal hier so ein auf kamikaze mache aber wird schon irgendwie funktionieren so wenn die man was nicht gekontert hat hat so noch was mein gott gefrecken die alle wenn das so weitergeht ich habe eine idee nenn sie immer vor und macht das scheiß ding kaputt das macht das überhaupt ich weiß es nicht ja wir machen jetzt erstmal ding kaputt damit wir nicht die ganze zeit beschützen werden von allen möglichen seiten so was wieso keine was ein schuss okay das wusste ich nicht ha ha hm wir suchen aber weiter auf gut glück hey sogar das ding schießt und schnapp so ist man ja nicht mehr gesehen werden jedenfalls nicht so schnell okay mitten da rein ganz darf sie steht noch mit einer drinnen fack ja wir müssen noch dadurch jetzt er gibt es dann ich um ziehen ihn so viel ab alter habe ich schon immer so viel abgezogen vorigen ich würde so schnell wie möchte die level erschaffen mein gott sogar hier hat den ball hat zeit das geht einfach durch du hältst hat aus wenn die jawohl so jetzt müssen wir noch leben dadurch mit wendy kann sich nicht mehr so weit bewegen was scheiße ist aber wir können das ding noch kaputt kriegen ja darüber sind wir schon mal alles gut dann kann man noch hat dinge einnehmen muss ja noch jemand hier war doch noch jemand da machen wir uns noch mal weil die pro taktik näher aber je schneller man natürlich ist mehr geld und so bekommt man auf die abgesehen sowieso schafft sich paar schritte jetzt nicht vorgelegt mich am ja gut du willst mich verarschen schaffst echt die paar schritte nicht mehr man trifft hat den jetzt wenn sich verarschen was in ihr los naja hat so viel zu meinen belohnungen jetzt danke das könnte man voll lockerer dinge einnehmen aber nur habe ich noch so wenig einheiten hier aber das ist auch noch eine basis oder scheiß den bewegt sich jetzt warte mal das gut wenn ich jemanden von hinten da anschleichen lassen schauen ist doch glaube ich mal da ob bitte bleibt umgedreht macht er wir sagen hat sich so schnell umgedreht so wenn die ein killer waren ist noch nicht vorbei aber legt mich der trip so werde ich verarschen so was ist eingenommen wenn das auch noch was werden da im besten kannst du den auch noch töten und damit tun wir die ganzen scouts im ball an das habe ich noch ein panzer leck mich so dann weiß nicht immer die edelweiß mal und ich weiß wo jemand da ist hey warte mal hallöchen ich treffe dich irgendwie nicht warum nicht wo ist das ding ja wo war das doch sagt wow dadurch gehen die dinger kaputt ernsthaft so dann weiß nicht lager oder ding hat bietet sich gerade so an warum habe ich das gemacht so wenn ich jetzt jetzt richtig anstelle dann ist das ding kaputt sein gut so idiot bin zwar vorbei aber egal aber das auch ein dinger typ hier überspringen wir mal und wer hat so weiter geht dann könnten wir sogar noch schaffen in diesem part nachkommen gekriegt hier weg man ich will dich nicht mehr zu lange dauert dann kann ich auch wieder schneiden in zwei drei parts ne ok arsch los konnte mit einer lanze boah ey das gibt es doch nicht aber es wird irgendwie weh oh ne geh weg bei der macht das gemüse er kriegt mich nie wenn ich nicht wenn ich auch maximal gemüsestatus ja schalte das muss ich nur noch hier sind auch dinge mehr einschießen und dann mein gott ich habe eine menge züge jetzt so hat scheiß rauch dinge da einschießen 50 züge los kommt schon cannot enter what du ich weiß jetzt nicht hier hier ich habe das war gut wenn die nummer vor aber schon ein bisschen zu nah dass man nur noch dadurch irgendwie da ist eka todespunkt wir müssen aufpassen so allies ich weiß nicht ob die panzer so eine große schwierigkeit sein werden aber kann ja mal gucken da müssen wir noch schaffen na ja müssen wir sogar noch schaffen panzer dürfen uns gar nicht sehen wir sind noch nicht da drin irgendwie gott aber ich muss jemand anderen holen der mehr aushält ja ich hoffe da nicht da rein damit wenn die vielleicht oh gott mal etwas heilen wahrscheinlich einmal wieder sofort abgeschossen wir beschließen jetzt nicht ab okay so dann ich gehe mal auf nummer sicher wenn die defense ist verkomplizierter scheiß wendy du schaffst das schon ich glaube an dich wow wow scheiße das ding ist immer noch im leben ich meine der typ kann flammen wir einfach von drin verkackt 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 noch eins freck immer noch verteidigungsbrunst oder so eingenommen da ich will asche schön im einzug sogar ein paar ah ich meine asche an die wir jetzt bekommen haben wow immer direkt aus ne ich habe noch in dem part so dann nur noch die windmöwen plaza die glaube ich nicht so schlimm war erstmal wieder trainieren das geld weiß ich noch nicht auch schon ausgeben ich habe ja eigentlich schon alles weg ausgegeben ja kann ja noch keine neuen sachen kaufen aber aufleben können wir ok ich könnte die trooper nur aufleveln neum mach ich mir mal und die lancer einfach so wegen werte mäßig den nichts bekommen ok was soll es mir egal wir haben eins gemisch in einem bad geschafft und 20 minuten dann reicht mir und wir haben voll viel geld dann würde ich sagen dass nächstes gemisch machen wir dann in der nächsten folge von xp valkyria chronic ich danke euch alle herzlich für zuschauer und sage tschüss